Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Anno 1800 und damit auch mal wieder ein Gruß an alle anonymen Anno-Holiker. Nochmal drüber schauen? Ja, das werde ich. Wir werden uns gleich mit Knalleschoten beschäftigen und da die Pelzmantelproduktion auf dieser noch jungfräulichen Insel erweitern. Jetzt aber zu dir nochmal schnell geschaut. Und da wieder das Konsumverhalten angekurbelt. Ja, da bin ich auch froh. Ach, Diplomatiemenü. Ach, vielleicht wäre es nicht verkehrt, da mal schnell noch drüber zu schauen. Hier. Was? Bitte? Ich habe mich wohl verhört. Dinosaurier. Hier, die Prinzessin, die nimmt das doch besser an als die Bänder. Ach, Willi, Willi, Willi. Gut, das war's soweit mit der Diplomatie. Bevor ich aber hier damit anfange, ganz, ganz schnell noch mal in Drelovny geschaut. Denn da war die Walros noch, die das ganze Zeug hier abladen müsste. Und sich wieder in die alte Welt begeben müsste. Genau. Oh, ja stimmt. Ich hatte ja hier noch eine Aufgabe angenommen für die Orpheus. Ähm, kleinen Moment. Haben wir auch gleich. Da oben tauchen, naja. Nur nicht wieder vergessen hier. Da ist auch wieder ein Schiff fertig. Och, ja. Jetzt geht's aber los hier. Weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Na, sehr schön. Den Schrott hätten wir schon mal. Oh. Ja, ja, also, ähm, ich habe doch jetzt hier... Das ist aber doof. Ähm, hatte ich nicht die Geschütze schon hergeriefert? Da muss ich doch gleich mal schauen. Hier, Schlachtkreuzer. Ha, 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 ha. Da kommt gleich was. Zeit 15 Minuten. Hm, wenn ich mich beeile vielleicht. Aber haben kann man trotzdem schon mal zwölf Einflusspunkte. Gut, die investiere ich da jetzt mal rein. Ja, das lasse ich mal stehen, dass ich das nicht vergesse. Und, ja, da könnte ich ja auch noch mal schnell in der neuen Welt vorbeischauen. Wie sieht es denn aus mit Inselanteilen? Eine Minute noch. Och. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Naja, was soll's. Fangen wir mal hier damit an. Ja, du machst mal ein bisschen abseits hier. Pause. Machst mal den Weg für die anderen frei, die das wichtige Material dabei haben. Genau, Ziegelsteine noch. Und den Rest brauchen wir mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht. Na wohl, ein paar Lagerhäuser hier noch hin. Ah ja, schauen wir mal. Mehr Druck im Kessel. Bretter raus, Ziegelsteine raus. Kontor aufgerüstet. Lagerhäuser. Da sind Depots hingestellt. So, Nummer 1. Dann Depot. Da 2. Ja, vielleicht 3. Doch lieber 4. 5 oder 6. Hm. Ja, das dürfte ich erreichen. Frachtschiff steht bereit. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Genau, dann passt das auch alles da rein. Ja, dann kommt mal hier rüber zur Seite. Da kannst du schon mal Platz nehmen. Und mal schauen. Wir haben 200 Arbeitskräfte zur Verfügung, die wir hier benutzen können. Eine Jagdhütte braucht 10. Das heißt, 20 Stück könnten wir bauen. Boah. Ist doch ein bisschen was drin. Aber wie machen wir das jetzt? Ja. Einmal dahin gesetzt. Einmal dahin gesetzt. So, hier dann schön. Na wohl, schön ist anders. Bis wohin reicht denn euer Einflussgebiet. Bis hier hin. Ja, dann mache ich das auch so. Da unten. Ah, die Küste mal lieber freilassen. Da gibt es dann den Anschluss an Kontor. Ja. Ja, Lagerhaus kommt gleich. Kleinen Moment. Berufsrisiko. Muss ja mal schauen, wie ich das jetzt hier mache. Weiter geht es. Dann könnte man hier eigentlich auch noch eine mit hinsetzen. Bleibt noch auf 100%. Ja. So, das kann ein Kontor abgeholt werden. Schiff und der Beschuss. Hier. Ja, wenn ich zwei Verbindungen mache, stört das doch auch nicht. Genau. Dann kommt jetzt für euch das Lagerhaus. Ähm, so. Ah, versuchen den Platz wieder schön zu nutzen hier. Auch wenn es mir nicht ganz gelingen wird. Hm. Ja, Momentchen mal. Ja, Momentchen mal. Wenn ich da jetzt hier so hinsetze. Und so. Oh, das wird sogar was. Na, schau mal. Na, schau mal einer an. Ja, gut. Dann geht es hier oben weiter. Aber da muss dann noch ein weiteres Lagerhaus mit hinten. Ja, hier eins. Schiff und der Beschuss. Zwei. Schade. Moment. Vielleicht geht es ja doch. So, bleibst noch bei 100%. Äh. So. Dann passt jetzt hier vielleicht noch. Nicht ganz. Nicht ganz. Aber was sind schon die paar Prozente, oder? Ich weiß nicht. Ähm. Da müsste ich noch durch mit dem Weg. Hm. Oder. Nee, wir machen das jetzt so. Komm, die paar Prozente. Soll jetzt nicht stören. Da einmal hingesetzt. Kommen wir da noch mit dem Weg hier drumherum. Ja. So. Wird es gemacht. Hier. Angeschlossen. Hm. Nee, das ist eher ungünstig. Dann doch lieber so. Ja. Bis dahin, bitte. Dann gibt es für euch natürlich auch noch ein Lagerhaus. Am besten. Hm. Mit hier oben hin. Dann können dann später die Minen noch genutzt werden. Irgendwann. Und hier passen doch bestimmt jetzt auch noch zwei oder drei Stück mit hin. Naja, zwei Stück. Wenn ich Glück habe. Einmal. Zweimal. Ja, ist noch bei 100%. Da passt das auch da mit dem Anschluss. Wunderbar. Äh, neun Stück gehen noch. Elf haben wir. Ja, dann. Kontur ist noch hier unten. Geht es doch gleich hier weiter. Schiff und der Beschuss. Da wäre es auch noch auf 100%. Dann können wir hier auch noch einen mit hinquetschen. Egal wie das jetzt aussieht hier. Fragt eh keiner mehr danach. Sieben Stück noch. Ja, mein Gott. Soll doch jetzt noch machbar sein irgendwie. Hm. Wenn ich mir das hier so anschaue. Könnte man direkt die Straße erweitern. So, schön durchziehen. Genau. Und jetzt. Da noch eine rein. Oh, Moment. Vielleicht doch noch ein Stück weiter höher. Genau, so. Ah, ja. Einmal da noch hin. Einmal mit hier oben dran. So, Moment. Straße gibt es noch für dich. Für dich natürlich auch. Lagerhaus kommt da hin. Ah, ein wildes Durcheinander hier. So, dann kann ich doch hier vielleicht auch noch eine mit reinquetschen, oder? Hm. Hm. Naja, 96%. Wie gesagt, wir sehen das nicht ganz so eng jetzt hier auf der Insel. Oh. So. Vier Stück noch. Ja. Ja, wir haben es gleich hinter uns. Wir sind doch gleich durch. Dann kommt das noch. Da mit hin. Angeschlossen. Kann abgeholt werden. Ebenso. Hier unten das noch. Irgendwo mit. Ja. So wird es was. Genau. Dann kann auch die Mine noch mit angeschlossen werden. Ja gut. So, zwei noch. Zwei, zwei, zwei. Das heißt... Krieg ist immer eine Frage von Leben und Tod. Das ist wohl richtig. Einmal dahin noch. Einmal noch. Geht es hier vielleicht noch mit rein? Ohne großartige Abzüge. Hm. Ja. So vielleicht. Ja, komm. Machen wir jetzt so. Jetzt haben wir sie doch alle. Äh, obwohl. Moment. Da die Straße noch hin. Hier muss natürlich auch noch eine gesetzt werden. Und das Lagerhaus noch. Jetzt ist aber gut. Jetzt sind wir durch. Ja, und das Material... Halt! ...hat gerade so gereicht. Aber... Wie sieht es aus? Schon was im Lager, was ich mitnehmen kann. Äh, zwischen Produ... Ne, halt. Landwirtschaftliche Produkte. Ja. Na dann... Kann ich doch die Route auch schon einrichten hier. Ach man. Anna, Anna, Anna. Lass mich doch mal in Ruhe. Route einrichten. Fälle 2 für Grand Forks. Äh, jawohl. So. Ne. So. Schiff hatte ich schon umbenannt. Genau. Äh. So. Hier. Genau. Schoten. Einmal bitte aufladen, die Fälle. Und das Ziel. Das kennst du ja bereits. Die... Kapdrelonov... Kapdrelovni, meine ich. Mein Gott. So. Alles raus. Was da ist. Und ab geht's mit dir. Einen fetten Haken an die Geschichte mit den Fällen. Aber damit sind wir noch nicht fertig. Worte erwartet Befehle. Fertig. Ähm. Ja. Kommt mal ja hoch nach Eulching. Da könnt ihr euch gleich mal wieder voll beladen. Und hier wartet doch auch schon wieder jemand auf neue Befehle. Jawohl. Das ist dieses Schiff. Aber da gibt's ja nicht mehr so viel drin. Genau. Nur noch den einen hier. Hm. Aber da liegt doch bestimmt noch was hier unten in der Insel. Was ich mir wieder mitnehmen kann. Ja. Genau. Das nehme ich noch mit. Und dann noch mal schnell hier in die Arktis geschaut. Höhe stabil. Ja. Da geht's jetzt auch gleich weiter. Da abgestellt. Da abgestellt. Hier gibt's wieder ein bisschen Gas. Und reicht's da auch schon wieder zum Bauen. Ach. Ein einziges. Ja gut. Dann musst du dich noch mal hochbegeben und noch eine Ladung holen. Und die guten Schiffe hier. Ja. Ich würde sagen. Wir nehmen jetzt mal. auf jede Route, die wir haben, so nach und nach zumindest ein Luftschiff mit rein. Angefangen bei den wichtigen. Wie jetzt rum zum Beispiel für Crown Falls. Ja genau. Ach. Moment. Wir müssen da auch was umbenennen. Hm. rum 4 wird das also. Erwarte neuen Kurs. Ach. Mann, Mann, Mann. So. Zufrieden? Genau. Und jetzt mit reingenommen. Ähm. Ja, macht das jetzt was aus? Oder muss ich da jetzt wirklich eine neue Route für dich einrichten? Na ja. Ja, ich schreibe mir das mal an. Äh. Äh. Wirst du mir jetzt auch noch mit angezeigt hier? Als Fehler? Ja. Na ja, muss aber trotzdem klappen. Luftschiff. Äh. Wo geht's denn bei dir hin? Ah. Oder ist die Karte da unten auch? Gut. Propeller drehen sich. Bei dir? Hm. Schau ich mal nach. Ja. Kaffee vielleicht. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Oh. Wo steht's denn da? Kaffee für Quarren Falls. Und das wäre dann auch 4. Höhe stabil. Na dann, wenn das so ist. Kaffee 4. Kaffee 4. Auch du. Begibst dich auf diese Route. Äh. Jawohl. Ab geht's. So, dann kann ich doch hier oben auch jetzt das Gas wieder reinpacken. Genau. Wieder 35. Ich hab da Pläne für neue Expeditionen aus Baldowat. Ach nö, da bin ich jetzt eigentlich nicht so scharf drauf. Kannst du gerne behalten. Aber, naja, mein Gott. Dann gib mal her. Und wir bauen dann noch ein Luftschiff. Fälle sind jetzt, oder um die Fälle wurde sich gekümmert. Und. Schon wieder fast vergessen, aber. Nein, 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 mit mir nicht. Inselanteil. Prinzessin, genau. Ihr freundliches Interesse ist vielleicht nicht so hilfreich, wie Sie glauben. Och. Werden wir schon noch sehen. Ha. Dann müsste der, das Schlachtschiff eigentlich jetzt auch jeden Moment fertiggestellt werden. Ihre Einwohner sind unzufrieden. Äh. Arbeitskraft kriege... Was ist denn hier los? Ach, weil jetzt wieder irgendwas fehlt, oder? Ehrlich gesagt ist die Umgebung hier scheiße. Ja. Schmuck. Es mangelt an Arbeitskraft. Schmuck und Hochräder. Oh, das ist jetzt aber eher ungünstig. Schiff unter Beschuss. Äh. 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 Ja. Ihre Einwohner sind unzufrieden. Das wird wohl nichts mehr jetzt hier. Oh, oh, oh. Jetzt ist aber hier ein allen Ecken und Enden Mangel. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gut, da müssen wir mal zuerst die Kohle in der alten Welt noch machen. Dann geht's ab in die neue Welt und... Ihre Einwohner sind unzufrieden. Ja, ich weiß doch. Dann geht's zurück in die neue Welt und... Ihre Einwohner sind unzufrieden. Ist jetzt mal gut. Ich weiß doch Bescheid. Ihre Einwohner sind unzufrieden. Ähm. 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 Bitte? Alles weg? Nee, jetzt war doch das Schiff da. Ja, mein Gott. Weg mit euch hier. Wer braucht denn sowas? Ja, das ist aber natürlich ganz doof jetzt hier. In Quarrenforts. Hm, 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 hm. Eins nach dem anderen. Zuerst. Wollte ich eigentlich mal schauen, was das hier mit den Regionalministerien auf sich hat. Und zum Probieren werde ich das auch mal machen. Werde ich mal hier in Bierburg eins hinsetzen. Mal schauen, was das bringt. Und dann könnte man ja mal überlegen, auf den ganzen anderen Inseln das auch mit unterzubringen. Äh. Material vorhanden. Gebaut werden darf es. Und wir setzen das mal. Ja. Gute Frage. Wie bringt es denn jetzt am meisten? Da wird es mal hingesetzt. Und. Ausgebaut. Genau. Ja, wie schaut es denn jetzt hier aus? Zeig mal her. Insel Arbeitskräfte Pro Rathaus. Höher Wahrscheinlichkeit des Spezialisten? Nein. Produktivität für Produktionsgebäude in Reichweite Handelskammer. Reichweite für öffentliche Gebäude. Oder Lagerplatz auf der Insel Pro Hafenmeisterei. Hm. Hm. Ja gut. Hier gibt es ja jetzt eine Handelskammer. Aber auf den ganzen anderen Inseln noch nicht. Aber wenn. Wäre das nicht so verkehrt. Ja. Sind zwar dann nur die Kartoffelhöfe. Hm. Na ja. Wenn wir es jetzt einmal stehen haben. Viel bringt es noch nicht. Moment mal. Aha. Aha. Da geht es also auch noch tiefer in die Materie. Ja. Ähm. Oh ja. Oh ja. Da ist dann ordentlich was möglich noch. Wenn man das denn alles so optimieren kann. Hm. Hm. Na gut. Setzen wir das aus Zusatzwaren von Farmen mal mit rein. Ach. Was anderes bringt uns ja jetzt nicht voran. So. Dann war an der Arktis noch was. Erwarte neuen Kurs. Genau. Hier noch abladen. Und das nächste Schiff wieder reinnehmen. So. Hätten wir das geklärt. Kannst schon mal wieder da hoch. Auf kurz. Dann warst das gar nicht du. Letzte Nacht. Im Hof. Schlag 12. Ja wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Aber dir werde ich das ganz bestimmt nicht erzählen. Spielstand gespeichert. Ja. Gut. Freut mich. Na dann. Ja wie gesagt. Die Aufgabe hier werden wir jetzt eh nicht mehr schaffen. Schlachtkreuzer kann nicht mehr sein. Dann kann es auch raus. Saboteur. Ja. Muss auch mal sein. So sieht es eben aus Nate. Kann nicht immer alles. Nach Plan verlaufen. Nicht immer alles am Schnürchen hier. Dann. Nächste Haltestelle. Alte Welt. Und Köhlereien. Schiff unter Beschuss. Wäre dann hier oben in Sassenberg. Wo wir da noch ein bisschen was bauen müssten. Ich will sterben. Aber nicht heute. Material wäre noch ein bisschen vorhanden. Aber habe ich ja gerade noch ein Schiff da. Frachtschiff steht bereit. Ja. Ach Anna. Nein. Soll dich der Teufel holen. Ja von mir aus. Wande Manöver. Vielleicht habe ich es ja verdient. Äh. Das auch da hoch. Mehr Druck im Kessel. Brauche jetzt mal nur die die leer sind. Genau. Dann nimmst du nochmal eine komplette Ladung an Holz. Der andere dann Ziegelsteine mit. Hoch mit euch. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Und dann geht es dann in der nächsten Folge weiter. Mit Köhlereien da oben errichten. In Sassenberg. Und dann sofort ohne Umwege in die neue Welt wechseln. Und sich da um Kautschuk, Perlen, Kaffee, ach. Um alles einfach kümmern. Da wisst ihr ja auch Bescheid. So. Das waren die Bretter. Dann gibt es hier bei dir die Ziegel. Ja. Ich schaue ja jetzt nach Palma zu Atto. Immer mit der Ruhe. Holzfäller. Da dürfte doch mittlerweile auch einiges im Lager sein. Oh, da ist schon das Luftschiff da. Ja, hier hat sich auch was angesammelt. Könnte man so sagen. Na gut. Das war es damit. Ja, da kann ich jetzt leider nichts machen hier. Mit den Arbeitskräften. Wird so nach und nach kommen. Das Problem. Muss auf jeden Fall angegangen werden. Aber. Genug geredet hier. Ihr werdet jetzt eh nicht mehr ankommen. Aber. Wir können ja schon mal loslegen. Material war ja da. Bedeutet. Die brauchten Arbeiter, oder? Schlecht, schlecht, schlecht. Jawohl. Danke für die Liebenswürdigkeit. Ach, was bräuchte ich denn da noch? Arbeitskleidung. Ach, Leute, 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 Leute. Ihr macht es mir aber auch nicht leicht hier. Was ist denn das hier? Wer hat denn das zu verantworten? Das lässt sich doch auch schöner machen noch. Oder? Hier immer noch bei 100%. Oh, Moment. Das glaube ich nicht so wirklich. Oder? 100, 100, 100. Ja, vielleicht doch. Da muss ich jetzt mich mal noch davon überzeugen. Ah, Tatsache. Ja, schaut mal an, was da noch an Platz gespart werden kann hier. Ach, einfach wieder hingeklatscht. Ohne Sinn und Verstand. Wie immer von mir. Ah, jetzt ist das Ganze noch nicht mehr so. Ich verstehe. Ja, na gut. Eigentlich müsste ich hier oben anfangen. Da eins hingesetzt. Genau. Äh, Moment, Moment, Moment. Die anderen kommen als Blaupause noch hinterher. Hier, hier. Aber da sehe ich es wieder nicht mit den Prozenten, oder doch? Ja, da passt doch da noch einer hin. Und hier noch einer mit. Und da steht da schon mal mehr als vorher. Kann man nicht meckern. Obwohl, da oben kommst du da jetzt überhaupt noch hin? Nee, wahrscheinlich eher nicht. Müsste ich extra noch ein Lagerhaus bauen, aber naja. Sehe ich jetzt mal nicht so eng. Oh, da fehlt noch der Weg dann. Ja, genau. Ja, genau. Und hier oben. Naja. Hätte man auch ein bisschen besser machen können, aber geht schon so. Hier passt doch auch noch eine mit hin. Ja, dann nehme ich das doch so, dass es gleich alles schön ausfüllt. Verbindung zum Kontor steht. Halt, ausgebaut wird noch nicht. Das kommt dann erst in der nächsten Folge alles. Zusammen mit dem Ausbau hier. Dann ist noch ein bisschen Arbeitskleidung her zuvor. Aber das geht ja auch fix. Und jetzt hier weiter. Wäre hier auch noch was möglich. So ohne großartige Verluste. Hm. Man könnte... Man könnte, man könnte, man könnte... Das zwar so machen, aber dann muss ich hier mit einer Brücke arbeiten. Ja, passt doch. Geht. Äh, ja. Verbindung ist da. Nehme ich. Wie viel habe ich jetzt? Eins, zwei... Drei, vier Stück mehr. Hm. Da geht noch was. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Für heute soll es das mal wieder gewesen sein. Beenden wir das Ganze heute auf Sassenberg. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut. Macht's besser. Shut den secretly. fuerh. P1. 1. 2.